Wenn die Oldtimer-Batterie auch den Winter gut überleben soll, sind einige Wartungspunkte unerlässlich. Wir haben hier die wichtigsten Punkte zusammengestellt. Steht der Oldtimer in einer Garage oder einem Raum, in dem im Durchschnitt die Temperatur über 10 Grad Celsius liegt, kann die Batterie im Fahrzeug gelassen werden. Bei jüngeren Old- oder Youngtimern muss die Batterie eventuell wegen der Steuergeräte sowieso im Fahrzeug verbleiben. Aber auch die Batterie, die im Fahrzeug bleibt, muss durchgehend über den Winter gewartet werden. Am besten eignet sich dafür ein Batterielade- und Erhaltungsgerät, wie das hier gezeigte Gerät von CETEC, erhältlich bei der Firma Kortenbrede. Ein solches Batterieerhaltungsgerät simuliert intelligent den Verbrauch und Ladezustand eines Fahrzeugs im Betrieb. Diese Batterieladegeräte gibt es sowohl für 6 Volt als auch für 12 Volt Batterien. In jedem Fall ist es jedoch besser, die Batterie einmal auszubauen und komplett aufzuladen. In diesem Zuge können auch weitere Wartungsarbeiten durchgeführt werden. So müssen hin und wieder die Batteriepole für einen besseren Kontakt gereinigt werden. Dazu wird eine Polfräse verwendet. Dieses Werkzeug fräst von den Bleipolen eine dünne Schicht ab. Im nächsten Zug wird die Batterie auf dem Füllstand geprüft. Dazu werden die kleinen Kappen geöffnet und überprüft, ob der Flüssigkeitsstand der Batteriesäure etwa 5 mm über den Batterieplatten steht. Ist dies nicht der Fall, wird die Batterie entweder mit etwas Batteriesäure oder destilliertem Wasser aufgefüllt. Schließen Sie nun das Batterieerhaltungsgerät an die Batterie an. Zuerst wird der Pluspol, danach erst der Minuspol angeschlossen. Das Erhaltungsgerät geht zuerst in den Zustand des Ladens und lädt die Batterie komplett auf. Danach geht das Gerät in den Erhaltungszustand. Das Gerät kann den ganzen Winter über an der Batterie angeklemmt bleiben. Es schützt die Batterie vor der Kälte und der Eigenentladung. 1. 3. 4. 9. 10. 10.